hallo hier ist wieder dave von aktienews heute wieder ein update zur amc entertainment aktie die aktie heute mit einem leichten plus von 2,35 prozent auf 4,34 dollar ich finde die verhält sich ganz gut in anbetracht dessen dass jetzt bald die zahlen gemeldet werden und ja die shortseller ja doch sehr sehr stark am shorten sind und manipulieren sind damit der kurs nicht irgendwie im vorfeld schon nach oben zieht ja ich habe ja gesagt 4 dollar 4,20 so darum sollte die unterstützung halten hat sie auch im prinzip und wir sind jetzt hier laut macd index haben wir hier eine trendwende vollzogen und zwar war das am ich roll gerade noch mal runter das war am 16 10 also vor ein paar tagen gab es hier diesen trendwechsel ja ganz schwach eigentlich nur aber immerhin ein paar grüne kerzen und es ging etwas nach oben wir sind jetzt mit dem kurs schon wieder über der 20 und über der 10 tage linie hier oben ist auch die 50 tage linie bei 4 dollar 60 das wäre natürlich schön wenn wir die auch noch knacken könnten bevor die zahlen kommen ja ich bin gespannt auf jeden fall momentum auch im positiven bereich wie gesagt macd index auch hier ein signal nach oben wir haben an rsi von 48 ist momentan im neutralen bereich sieht jetzt total technisch ja ich würde sagen neutral aus um es mal irgendwie milde auszudrücken neutral sieht aus es sieht nicht so super rosig aus aber es sieht jetzt auch nicht irgendwo so schlecht aus wie gesagt ich denke einfach dass dadurch dass die aktie so stark manipuliert ist man hier sowieso die charttechnik so ein bisschen vernachlässigen kann aber nichtsdestotrotz ist es doch ein bisschen hat sich ein bisschen beruhigt sagen wir so hier dieser starke abwärts trend der hier ja eigentlich die ganze zeit eigentlich schon vorherrscht wenn man sich den ganzen chart anschaut ist es doch lange eine seitliche bewegung mit einem abwärts gerichteten trend und jetzt haben wir uns hier so ein bisschen beruhigt so leicht beruhigt und in der hoffen natürlich dass wenn die zahlen am 6 11 kommen dass sich dann hier vielleicht ein kursanstieg ergibt ja die hoffnung stirbt zuletzt irgendwann muss es ja nach oben gehen es wird nicht ewig so hindümpeln das kann man eigentlich schon garantieren es einem das unternehmen geht pleite dann natürlich schon aber ich glaube die insolvenz ist hier bei amc ausgeschlossen so dass jeder trend wenn wechsel die trendwende eine nachhaltige trendwende ja mit sicherheit kommen wird wann sie kommen wird wird man sehen auf jeden fall wie immer natürlich keine handlungsempfehlung von mir das ist einfach nur meine meinung meine einschätzung meine erfahrung ja mit der börse und ich denke dass wenn amc nicht pleite geht bevor ich nicht ausgehe dann wird hier irgendwann mal ein nachhaltiger trendwechsel kommen und der kurs wird sich ja natürlich weit oberhalb des kurses stabilisieren gut wir schauen gerade mal eine news und zwar die habe ich irgendwo nirgendwo ganz direkt gelesen ich habe mir halt hier mal die filings mal angeschaut bei fintel und da habe ich festgestellt dass am 22 10 hat blackrock ein filing eingereicht dass sie nun im besitz von 25 millionen 21 107 aktien sind das entspricht einen prozentualen anteil an amc von 7,2 prozent ja die frage ist ist das bullish ist das bearish ich würde sagen es ist beides ja die blackrock die werden natürlich die aktien zum schorten freigeben wenn die zahlen nicht gut sind da werden sie natürlich worten freigeben werden sie verleihen an ja an irgendwelche shorter oder werden selber schorten und wenn denn die zahlen gut sind dann werden sie hier long gehen also das heißt also die sichern sich auf allen beiden seiten ab das heißt hier kann es eigentlich davon ausgehen bei blackrock dass die bearish und bullish sind werden abwarten wie die zahlen sind am 6 november und werden sich dann positionieren entweder sport oder long das ist so ja früher mal gesagt ja toll die internationellen gehen wieder rein bullisch bullisch ja nichts bullisch ist es kann auch genauso bearish sein wenn die dann short gehen wenn die zahlen sich quasi ja wenn die zahlen nicht der erwartung entsprechen nur werden die sich hier auch positioniert haben gehe ich mal von aus wie gesagt 25,9 millionen aktien eigentum von 7,2 prozent an amc auf jeden fall eine meldung wert würde ich sagen short volumen nach wie vor etwas gedrosselt von den short sellern immer noch so um die 40 prozent jetzt hier ging es so ein bisschen zeitwärts hier haben wir so kleinen peak gehabt mal ganz kurz aber sagen wir es so ich glaube hier wird erstmal abgewartet was am 6 november passiert und dann wird entweder wieder richtig drauf geknüppelt und es wird wieder richtig stark short gegangen ja oder die short sell lassen dann etwas davon ab und dann könnte sich der kurs auch dann stabilisieren wenn wir uns die box office zahlen mal anschauen für diesen monat oktober quartal hat er angefangen das letzte quartal oktober november dezember wird es laufen ja das sieht natürlich jetzt nicht ganz so toll aus wir haben hier 321 millionen jahr umsatz insgesamt in allen kinos ja das war 23 natürlich weitaus höher muss man sagen 22 auch 21 auch 20 was nur niedriger ansonsten was immer höher das heißt das sieht jetzt momentan nicht ganz so schön aus für dieses quartal also da waren wohl einige flops dabei soweit ich mitbekommen habe auch joker 2 war wohl ziemlicher flop und zumindest jetzt nicht die in erwartung entsprechend was man hier gedacht hat und so sind wir jetzt hier eigentlich ziemlich weit hinten ja an umsatz was das quartal anbetrifft also müssen noch einige blockbuster kommen adam aaron hat ja mal gesagt letztes quartal also das letzte quartal diesen jahres wird super wird toll wird ja ja entsprechend hat man natürlich gedacht dass hier die super blockbuster kommen die werden vielleicht auch kommen weiß jetzt gar nicht was so alles reinkommt aber wie gesagt momentan sieht er schlecht aus aber wir haben ja erst angefangen mit dem quartal der monat ist der ja noch nicht mal um auf jeden fall haben wir erst mal ein drittel des quartals knapp hinter uns und momentan sieht zwar nicht so gut aus aber das kann sich alles sehr schnell ändern das muss nur noch blockbuster rein mehrere blockbuster und dann werden hier die zahlen dann auch wieder nach oben schnellen aber das ist eine momentan die situation und da kommen wir auch schon zu den ort ex zahlen die ort ex zahlen ja sind eigentlich ähnlich wie gestern 15,98 gestern keine ahnung 16,03 oder sowas also dabei ändert sich nicht viel trotzdem will ich sie immer wieder hier durchgehen dass man sieht ob irgendwie die hedgeforce die schwarze angefangen haben zu cover natürlich haben sie nicht angefangen zu cover ist alles dasselbe es hat sich nichts verändert und verändert außer wir haben hier des cover diesen recht hoch 5,42 tage um diese knapp 54 millionen scherz zu cover bräuchten sie 5,42 tage weil das volumen natürlich momentan sehr niedrig ist wenn das volumen natürlich hoch geht werden diese days cover natürlich auch wieder kürzer logischerweise also momentan volumen ihr seht hier des cover gehen hoch bedeutet umkehrschluss volumen geht runter ja weil die aktie hat momentan etwas im schlafmodus ist etwas langweilig es fehlen die impulse ganz einfach und ich hoffe die impulse kommen dann mit den zahlen kommen dann mit den mit den wahlen kommen dann mit den zinssenkungen die da noch folgen hoffentlich dieses jahr und da hoffe ich dass ein paar impulse kommen dass wir hier wieder mehr volumen reinkriegen mehr volumen bedeutet dann auch mehr interesse fomo und steigende kurse im besten fall wenn das volumen dann nicht gerade mit fallen und kurs einhergeht gut dann haben wir hier scherz die geliehen werden können 53,81 millionen koste bauern vernachlässigt bei kleinen zwischen 29 und der short score bei 65,8 so das war es jetzt eigentlich zum update der amc entertainment aktie und wenn euch das gefallen hat und ihr mehr hier von mir sehen wollt oder von mir hören wollt sehen tut ihr von mir nichts von mir hören wollt dann abonniert den kanal auf jeden fall und leuten die glocke hinterher um nichts zu verpassen von der amc von der gme von anderen aktien und auch kryptowährung ansonsten lasst euch gut gehen und wir hören uns wieder tschüss tschüss